Hundemenschen tun eigenartige und begreifliche Dinge, wie sich einen Hund zu holen statt einer Katze. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Bis später, Chloe. Bis dann, Mel. Die einen lieben Katzen, weil nämlich keiner einem eine Katze so lieben kann wie ein Hund. Die anderen haben keine Ahnung. Bitte, wenn's dir damit besser geht. Von den Machern von Ich einfach unverbesserlich. Ball! Ball, Ball, Ball. Pets. Ab 28. Juli im Kino. Weil nämlich keiner eine Katze so lieben kann wie ein Hund. Ich meine ja nur. Hundertprozentig falsch. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Bis später, Chloe. Bis dann, Mel. Die einen lieben Hunde. Wir sind entschlossen. Wir sind die besten Haustiere von allen. Die anderen haben keine Ahnung. Hundemenschen tun eigenartige und begreifliche Dinge, wie sich einen Hund zu holen statt einer Katze. Von den Machern von Ich einfach unverbesserlich. Ey, Freunde, wie läuft's denn bei? Ey, Freunde, wie läuft's denn? Pets. Ab 28. Juli im Kino. Bis heute Abend, Schatz. Hast du dich je gefragt, was deine Haustiere so denken? Ich vermisse sie wie verrückt. Sie ist wieder da! Hab das Handy vergessen? Oh, ich vermisse sie wie verrückt. Worüber sie sprechen. Wie geht's denn so? Freut mich sehr. Und wovon sie träumen. Schon Pläne für heute? Ja, ich hab Riesenpläne. Dann sieh dir mal meinen Schlachtplan an. Alles da. Bam! Bam! Bei der Puderquast ist eine Schraube locker. Erlebe Pets. Ab 28. Juli im Kino. Das machen deine Haustiere, wenn du zu Hause bist. Das machen sie, wenn du nicht zu Hause bist. I'm an animal. I'm an animal. I'm an animal. Zu Hause. Nicht zu Hause. Zu Hause. Sei ein braver Junge, Lennart. Nicht zu Hause. Pets. Ab 28. Juli im Kino. Willkommen bei der spanischen Inquisition.